Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Reaktion Video, ich glaube du bist ja fast draußen und wir gucken uns heute Ayo Ting Ting an, ein Live-Auftritt Appalachinta und mit dabei habe ich und dann mit Productions und Hikaru! Genau, da fangen wir auch an, mit Ayo Ting Ting haben wir schon einige Reaktions gemacht und ihr habt vorgeschlagen, dass wir das mal anschauen und dann würde ich auch sagen, let's gooo! Ayo Ting Ting! Das kennt ihr doch wahrscheinlich, das Lied, mit Kerem Jam. Ja natürlich! Mal gucken, wie ihre Stimme hier live macht. Macht sie zu dem Song, wie sie in dem Hotel? Ja! Dann kriegt man direkt Gänse auf! Das ist schön! Richtig hübsch auch hier! Die Background-Tänzung auch eine gute Arbeit. Ja! Wir sind vor allem da auch fertig mit Beat-Sound. Man merkt einfach, wie ihr Gefühl vor sich singt. Mit so einer nackten Stimme zu sehen ist schon respekt. Ja! Ich meine, ich sing mal! Ach, live klingt sonst auch viel, viel geiler! So mit Gefühl! Ja! Und ihre Stimme ist ja auch schlimm! Ja! Ich bin gespannt, ob sie aber auch in Türkisch singt, oder? Bittes? Echt! Ja, werden wir gleich auch singen! Ja, sehen meine ich, meine Damen und Herren! Ich finde es auch gut, dass unten drunter typische Übersetzung ist! Ja! Ich finde es auch gut, dass unten drunter typische Übersetzung ist! Ich brauche Feuerzeuge! Ja, tatsächlich! Ja! Sie singt das auch noch auf Türkisch so gut! Ja! Es hört sich gut an! Man versteht das vorher! Ja, man versteht das auf jeden Fall! Richtig gut, richtig talentiert! Ja! Wahrscheinlich singt sie jetzt die zweite Hälfte nur auf Türkisch! Ach, krass! Ah, das ist... Das ist zu weit! Die singen sogar mit auf Türkisch, die ein Zuschauer ist! Ja! Richtig krass! Das ist schon heftig! Ach so, Weihnachtlich! Ach so, Weihnachtlich! Richtig geil! Ja! Oh, wie sehr! Jetzt so! Ich glaube, ich würde da auch so sitzen und mitsingen! Ich glaube, ich würde da auch so sitzen und mitsingen! Wie ist denn das Aufruf fahrt das Video? 190.000! Ja! Auf jeden Fall zu wenig! Ja! Auf jeden Fall! Es verdient mehr! Definitiv! Auf jeden Fall! Live sehr schön gesungen! Wenn ich nach Hause gehe, ich werde den Like da lassen! Vor allem, wie sie es auf Türkisch gesungen hat! Live! Einfach! Gut! Sehr gut! Das war auch alles verständlich! Ja! Wir haben es verstanden! Wir als Türken können das verstehen! 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 Ja! War echt krass! Dankeschön für die Empfehlung, dass wir es anschauen sollten! Und ja! Falls ihr mehr Empfehlungen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare! Da liest sich alles durch der gute Wahl! Alles! Danke auch für die Kommentare! Support! Und so! Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen! Stay safe! Stay healthy! So sieht es aus! Und bis zum nächsten Video! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Folge 5 Vers Ta Lemon